Wir sind hier heute bei der Firma IPH und sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein, wie IPH sich in den letzten Jahren hier gemeinsam mit uns als Partner im Bereich Fräsmaschinen entwickelt hat. 2014 kam der Tag, als mein Sohn noch mal zu mir sagte, wir können selber gar nichts. Wichtig wäre doch, dass wir auch anfangen zu produzieren und dass wir vielleicht eine Fräse kaufen. Durch einen Zufall ist Matsuura dahinter gekommen und hat uns bekehrt. Und bei einem Besuch haben wir schnell festgestellt, die MX850 passt perfekt zu uns. In dem Gespräch wurde mir klar, dass wir über hochwertige Maschinen sprachen, die in der Formel 1-Technik eingesetzt wurden für Ersatzteilbeschaffung. Seit Beginn an ist Matsuura Teil unseres Teams, mittlerweile jetzt seit neun Jahren. Mit Matsuura zusammen sind wir der Automation einen großen Schritt näher gekommen. Wir haben jetzt auch schon Maschinen hier stehen, die mannlos fertigen können. Durch die Automation können wir zum einen uns glücklich machen, weil wir zufrieden nach Hause gehen können und wissen, dass die Maschine weiter arbeitet. Zum anderen können wir auch unsere Kunden glücklich machen, dass sie ihre Teile schnellstmöglich bekommen und wir eben auch über Nacht fertigen können. Von unseren Kunden bekommen wir auch positives Feedback, da wir unsere Produktion steigern können, viele Bauteile fertigen können in einer kurzfristigen Zeit. Wenn man abends nach Hause geht und die Maschinen noch laufen, hat man das Gefühl, dass viel Geld verdient wird, obwohl wir nicht mal da sind. Mit der MX-520 PC4 haben wir die Möglichkeit, vier Serienaufträge gleichzeitig gerüstet zu lassen und je nach Dringlichkeit die entsprechende Serie laufen zu lassen. Das hat uns so gut gefallen, dass wir uns dann für die Mama entschieden haben mit 40 Paletten, sodass wir 40 Aufträge gleichzeitig gerüstet haben. Durch die Paletten-Automation hatten wir einen sehr leichten Einstieg in die dritte Schicht, ohne unsere Mitarbeiter damit beanspruchen zu müssen. Durch die Automation mit Paletten haben wir unsere Fertigungszeiten gleich am Anfang schon verdreifachen können. Unsere Ziele haben wir damit mehr als erreicht in einem sehr, sehr kurzen Anlauf. Unser wichtigstes Ziel für die Zukunft ist definitiv eine einwandfreie und störungsfreie Produktion. Da wird Mazzura auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Wir gehen den Weg der Automation und Mazzura unterstützt uns dabei. Mazzura 1 Lלה 3 3 1 0 durch Bis zum nächsten Mal.